Mein Name ist Jana Richter, ich bin von Hause aus medizintechnische Laborassistentin, arbeite seit 38 Jahren in Buch und jetzt in Mitte, bin in der Arbeitsgruppe von Philipp Juncker seit sechs Jahren, mache dort vorrangiges Labormanagement, unter anderem die Bestellung, Logistik, Verwaltung. Die Gruppe befasst sich mit der Erstellung der Zellstammbäume durch Single-Cell-Analytik. Meine Aufgabe ist aber vorrangig die tierexperimentelle Seite, die Injektion in die Zebrafische und auch die Nachzug der Zebrafische. Untertitelung des ZDF für funk, 2017